Wir sind am 19.06.2022. Jetzt haben wir jetzt noch die Schwalbe relativ gut gehört. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen mehr ist. Wir sind noch später wieder zu reisen. Ah, dort hat es eine Taube, die hört man dann vielleicht, die habe ich gestern auch oft gesehen vorbeifliegen.